Ihnen ist nur der Stolz geblieben, der Stolz auf ihren Sohn Murat. Die Trauer und die Wut der Eltern ist immer noch unermesslich. Murat hatte vor acht Jahren die elterliche Wohnung in Istanbul verlassen, um seinen Militärdienst zu leisten. Er kehrte nie zurück. In der Kaserne wurde er zu Tode misshandelt. Wir schicken den Sohn zum Dienst am Vaterland. Und das Vaterland bringt ihn um. Er ist nicht im Krieg gefallen oder im Kampf gegen die PKK. Mitsoldaten haben ihn getötet. Sie sind auf meinem Sohn herumgesprungen. Seine Leiche war mit Stiefelabdrücken übersät. Es war grauenvoll. Murat war des Diebstahls beschuldigt worden. In der Arrestzelle wurde er auf Befehl eines Vorgesetzten stundenlang geschlagen. Die verantwortlichen Soldaten kamen in einem späteren Prozess mit Geldstrafen davon. Für die Eltern keine gerechte Strafe für den Mord an ihrem Sohn. Er hatte noch viel vor, wollte ein Geschäft und eine Familie gründen und sich um uns kümmern, wenn wir alt sind. Doch Allah hat seine Zeit beschränkt und hat ihn zu sich genommen. Was soll ich sagen? Mitte März protestiert eine Gruppe von Angehörigen vor dem Parlament in Ankara. Auch Kenan Pollat ist dabei. Sie sind empört über die schleppende Aufarbeitung der Verbrechen. Misshandlungen und Selbstmorde in der Armee waren jahrzehntelang ein Tabu in der Türkei. Doch nun trauen sich Angehörige und Opfer an die Öffentlichkeit. Wir haben unseren Bruder zum Militärdienst geschickt. Und was haben sie gemacht? Sie haben ihn getötet. Und ich frage euch, ist das jemals mit dem Kind eines Abgeordneten passiert oder dem Sohn eines Reichen? Die Armeeführung versuche Todesfälle nach seelischen oder körperlichen Misshandlungen immer noch wie Selbstmorde aussehen zu lassen, beklagen die Menschenrechtler. Dabei seien mehr Soldaten im Dienst umgekommen als in Kämpfen mit der PKK. Jeder Türke muss einen 15-monatigen Militärdienst ableisten. Ihn zu verweigern ist nicht erlaubt. In der Schule lernen die Kinder, jeder Türke ist ein geborener Soldat. Der Militarismus hat eine lange Tradition in der Türkei. Republikgründer Atatürk in der Hauptstadt allgegenwärtig war selbst ein General. Heute haben die Offiziere viel politische Macht eingebüßt. Viele Generäle sitzen wegen mutmaßlicher Putschvorbereitungen in Haft. Mercavush absolvierte seinen Wehrdienst in der anatolischen Provinz. Was er dort erleben musste, verfolgt ihn bis heute. Er nahm seinen Mut zusammen und erstattete dem Menschenrechtsausschuss des Parlaments Bericht. Nationalisten sehen das als Verrat. Vor der Kamera zu sprechen ist immer noch ein Risiko, dem Ansehen der Armee zu schaden. Heute noch ein Straftatbestand in der Türkei. Es war üblich, dass man körperlich bestraft wurde, wenn Arbeiten nicht oder nur unzureichend erledigt wurden. Und dann wurde Kameraden auch der Schlaf entzogen und wenn sie später im Dienst einschliefen, dann wurden sie dafür wieder bestraft. Das habe ich gesehen. Und es war üblich, dass Offiziersanwärter Rekruten erniedrigen durften. Sie durften sie ständig benutzen. Die mussten ihnen sogar das Frühstück machen. Die waren sozusagen ihr persönlicher Dienstjunge. Bei einer neu gegründeten Initiative für Soldatenrechte in Istanbul sind in nur acht Monaten 1000 Hilfeersuchen eingegangen. Die Menschenrechtler fordern einen Ombudsmann für Soldaten, vergleichbar dem Wehrbeauftragten der Bundeswehr. Jedes Jahr werden 400.000 junge Männer für 15 Monate zusammengesperrt und ihnen bleibt nur die Wahl, Opfer zu sein oder auf die eine oder andere Weise, sich an den Misshandlungen und Erniedrigungen zu beteiligen. Dahinter steckt ein System, das durchbrochen werden muss. Die meisten Opfer von Misshandlungen und Selbstmorden in der türkischen Armee gehören Minderheiten an oder stammen aus armen Verhältnissen. Auch der getötete Murat Pollat wuchs in einem Istanbuler Armenviertel auf. Sein Vater Kenan betreibt hier eine kleine Teestube. Auch acht Jahre nach dem Tod seines Sohnes kämpft er weiter für Gerechtigkeit. Er wird vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte klagen, damit die Armeeführung ihre Mitverantwortung anerkennt. Und er will erreichen, dass der Prozess gegen Murats Mörder wieder aufgenommen wird. Ich werde nicht ruhen, bevor der Tod meines Sohnes gesühnt ist, die Verantwortlichen dafür nicht länger frei herumlaufen und auch er vom Staat als gefallener Märtyrer anerkannt wird. Mert Schawusch gehörte als Student zu denjenigen, die in den Kasernen meistens in Ruhe gelassen werden, weil die Peiniger fürchten, dass die sich juristisch hinterher wehren könnten. Die brutalen Rituale in der Kaserne haben nicht bloß sein Bild von der heroischen türkischen Armee getrübt. Die Bilder gequälter Menschen lassen ihn bis heute nicht los. Man hat die Härte in der Armee immer mit dem Kampf gegen den Terrorismus gerechtfertigt. Nun gibt es ja einen Friedensprozess mit den Kurden. Und das könnte vielleicht eine Chance dafür sein, dass es auch bei uns in Zukunft einen normalen menschlichen Armeedienst gibt. Angehörige und Betroffene wie Mert Schawusch haben mit ihrem Mut eine öffentliche Debatte entfacht. Sie könnte zukünftigen Generationen von Soldaten in der Türkei helfen.